Herzlich Willkommen zum Let's Play Nuklear Kontingency. So, kein Plan was das ist, aber wir starten hier mal ein neues Game und irgendwie habe ich keinen Ton. Da vorhin nämlich schon mal kurz gestartet hatte ich Ton. Komisch. Also, Vietnam irgendwas? Ja, jetzt ist Ton da. Wir sind im Vietnamkrieg. Ich habe vorhin wirklich nur ganz kurz mal angetestet, um mal zu sehen, ob das funktioniert, weil es ist eine typische Oplösung alles. So, Chaos Dome. Der Soviet Weapons Facility should be heard. Do you see it? Affirmative. Oh wow. Also der Typ bin ich wahrscheinlich. Infiltrate the Compound and terminate the Weapons Dealer. I will report once, Tango, bla bla bla, shipment is just yours, alles klar. Also das sind wir. Forget to inhale your end. Genau. Also das sind wir. Ich habe vorhin schon mal geguckt, wie das funktioniert. Das lustig ist. Also wir müssen jetzt irgendwie was infiltrieren hier. Habe ich nicht geschafft. Da habe ich dann aufgegeben und dachte, wir machen das Problem mal zusammen nochmal. Hinten kommt nicht eine größere Festung. Da müssen wir wahrscheinlich rein. Problem ist, wir haben bloß drei Schuss. So, leise, still und heimlich den Typen erschossen. Jetzt hoffen wir, dass der Hund uns nicht mitbekommt. Doch, guck doch. Scheiße. Ich weiß, ich wollte versuchen, den Messer ein bisschen fällt. Ich will nochmal. Ah, mit Leertestes Messer nehme ich. Wusste ich doch. Irgendwie war das. So. Leertestes Messer. Den Hund kümmerts Messer. Und ich hoffe, dass wir nicht aufgefallen, dass wir hier sind. Beide 100 hat an sich glaube ich nicht alarmgeschlagen. Scheiße, scheiße. Wir haben es geschafft. Jetzt hat der Zähler es geschafft, oder? Starkes Ding. So, jetzt müssen wir hier rein. Oh, scheiße. Ja, fuck. Das muss alles irgendwie machbar sein. Was scheiß drauf. Ja, Mann. Ja, ich habe ihn nicht getroffen. Oh, das kann noch mehr. Also da alles rumlaufen. Stürmen funktioniert ja nicht. Bei mir überlegt man sich so etwas nur 3 Schuss mitzunehmen. Dann nimmt man ein ganzes Magazin. Ja, ich habe voll den Messern. Ich war einer festen Überzeugung, dass es funktioniert hat. Ja, schießt, schießt, doch. Haha. Nur problem. Was soll sich doch alle angelaufen kommen hier? hallo wie sie können auch die können wir durch den stein durch löwen ist auch klar also stein zählt schon mal nicht was versteckt oh scheiße fuck man was ist denn das für ein kratz komme ich da oben noch irgendwo rein ne schade ja ist klar ja so ein hacker er kann wieder schießen obwohl ich den schon erschossen habe der erste schuss war scheiße das müsse mit zwei schuss erledigt sein das war irgendwie ein witz oder war scheiße muss ich eigentlich hin da ist entweder bin ich wirklich so durch zum schießen da sieht man meine ebene da ist da der überhaupt nicht existiert eigentlich so wo ist denn teufel müsste ich hin da hin nein ich habe rt gedrückt ich wollte gucken ob ich nachladen kann oh ne ich bin so bescheuert ah verdammt ja ist klar ich hing irgendwann zum steinfest auf mann wie ärgerlich ist das denn oh scheiße na mann oh scheiße oh scheiße irgendwie macht es spaß aber irgendwie ist es auch wieder total wo schießt er denn genau hin in die mitte von dem ding oder woanders komm wenn es alles ach leck mich doch das ist doch ein alter so viele fällen kann man doch gar nicht zum spiel what the fuck und ich dachte immer ich habe ja kaum noch 2k aim aber das ist einfach nur das ist echt doch nur was was warum kommt denn der messer nur um die ecke guck mal wie ist denn der hier auf 100.000 schuss oh mann der hat 100.000 und ich habe hier drei weil das denn viel zu einfach wäre ja ja ist mir schon klar ach komm und dann kann er mich trotzdem noch messern ich wasch da gleich rein und tu einfach die Schüssen ausweichen oh mann ich habe sowas geschafft eigentlich muss da wirklich ein Schuss ausweichen du siehst ja wo die lang fliegen so weit mehr ich mich bewege eigentlich weniger können die doch treffen ich nehme sie mit denen auf der ist schlechter bestimmt ja wenn die drei in einer reihe kommen wie soll ich denn das machen so komm so komm das läuft dann einfach nicht mit dem muss ich zwei erkillen und direkt dann gleich so den auf jeden fall messern ach scheiße der büscher ist mein leben wieso kann denn der da hinten durch den Zaun durchlaufen wenn ich das aufraue ich mich da gerade ach komm das kann doch so schwer nicht sein so wir sind jetzt schon mal zwei ausgeschaltet da wurde es wieder genauso gemacht so jetzt jetzt pass auf 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 und so und jetzt so geil geil so irgendein anderes hast du näher na so jetzt 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 ok das war nummer eins das war nummer eins scheiße ja dann kommen wir schon das ist ganz ungünstig weil ich durchs licht gelaufen bin so ok zwei erledigt zwei erledigt haben wir zwar keinen schuss mehr aber auch den können wir messern da weil der andere typ ist an uns vorbei gelaufen das heißt ich kann mich eigentlich an dem vorbei schleichen das ist ärgerlich wenn ich ihn verschieße aber hier hinten sehen die mich doch nicht oder ich sehe mich ja tatsächlich nicht alles klar ok gut kann ich doch dabei laufen da hinten ist ein eingang warum mache ich sie die ganze zeit zu kompliziert warte mal bis das sich umdreht ok nachteil ist da steht ein stein aber inkognito heißt es ja eigentlich siehst ich muss einfach nur durchkommen das ist doch sinn jetzt kann ich selbst nämlich bis drei schüsse ich muss genau alle töten na mann die haben die mich jetzt gesehen weil ich auf den draufgeleuchtet habe oder was bestimmt weil ich auf den draufgeleuchtet habe eigentlich dürfte er mich ja nicht sehen eigentlich dürfte er mich ja nicht sehen leckt mich doch einmal schon selbst wenn dann können ich ihn doch messern da kommen die anderen wird gleich durchs haus angewandt sieht der mich da draußen jetzt jetzt in welchem moment sieht der mich schon das kann doch was ach komm schon das kann doch gar nicht so schwer sein ich bin nicht so einer der höchste ich gleich es ist gar kein spiel für mich eigentlich gibt es noch irgendeine tastenkombination ich habe gerade nur ein paar tasten durch da komm schon durch den schnellen messer müssen doch die anderen kein problem mehr sein ach komm jetzt verzweifle ich auf der seite oder was es gibt es doch ne woher wässt du denn da dass ich dort kommen oder ich probierst oben rum aber vielleicht geht es da auch nochmal weg ach komm gleich mal ok jetzt werden wir mal gucken ah da oben ist auch noch ein weg gehen wir mal da rein da ist auch mal eingegangen sehr schön das ist jetzt nicht dein ernst oder ich bin da oben schon fast da gewesen wie haben die mich jetzt gesehen die können mich gar nicht gesehen haben das ist ein witz oder was ist denn das für eine scheiße das war echt ein witz ich habe mich auch noch tot so keiner da wir können dort bitteschön drei stück sporen plötzlich da damit reicht es mal überhaupt nicht wie soll man das schaffen wenn er drei stück sporen Ja, ist klar Ihr könnt wo Zauber durch Wände laufen oder was Ich will das auch können Durch Büsche und Zäune laufen Ich will einfach den Schüssen ausweichen Das muss funktionieren Dann einfach ein paar Warnschüsse abgeben Wenn ich in der Schaftreihe zu killen, ist es perfekt Das kriegt man hin Das kriegt man hin Pass auf Der Plan ist ja 1000 Sätze Der Umweg war zu groß Ich muss den ja auch rankommen lassen Damit die hinter mir nicht mehr sind Sonst werde ich eingekesselt Jawohl! Jawohl! Hat's geschafft Geil! Okay, vielen Dank Bis zum nächsten Mal Tschüss!